Namenstag Peter und Paul. Ich habe heute Namenstag, weil ich heiße Peter. Ich wünsche euch einen schönen Namenstag an alle, die Peter und Paul heißen. Ich wünsche euch alles Gute für heute. Feiert schön, wenn es bei euch Tradition ist. Könnt ihr auch suchen, wie ihr wollt, meine lieben Zuschauer.